Herzlich Willkommen zu einer neuen Runde Banished von Shining Rock Software. Hier haben wir schon wieder schön ausgebaut und die machen schon wieder nichts. Die können gerade nichts machen. Wir müssten hier mal wirklich mal durchgucken. Das Durchschnittsalter ist. Ah, da kommt schon mal der nächste Händler auf und schon gesehen. Huch? No, zeig. Mushrooms könnten wir ihm abnehmen. Gegen Beans. Tabbage brauchen wir nicht. Chicken. Ne, 1000 Menschen. Könnte noch nicht weiter drücken. 200x, da könnte ich gleich so drücken. Und gib dir hier noch ein bisschen mehr. Entfernen 3500. Was hast du denn noch? Hoots und ne, Trade. Her damit. Lass mal nicht da, das störst du mich nicht. Das ist gut. Query ist im Bau. Wie sieht es hier drüben aus? Die müssen wir auch mal rausziehen, die ganzen Pasturen. Feuerholz funktioniert. Die hacken ab. 41. Levo hat zehn Bilder. Hier brauchen wir auch noch keine Straße. Genau. Hier komme ich so rüber. und hier sind nur Inseln. Ideal für einen Forscher. Ach Quatsch, jetzt sind wir schon hier ganz drüben. Nein. Und das ist das hier drüben. Und das ist das hier drüben. Könnte ich hier ein paar Förster reinsetzen. Hier oben einen in der Mitte. Hier einen. Naja, aber die brauchen hier wieder. Weitwege. Die rendern das mit. Hier geht es nicht. Wie sieht es bei dir aus? Achso, da fehlt ein Bild. Steinwege habt ihr auch schon gebaut. Übrigens, wie sieht es aus? Loks. Können wir mal hochsetzen. Stone hochsetzen. Eisen hochsetzen. Full auf 5000. Kohle auf 1000. Textilien auf 1000. Da haben wir schon 2700. Das lässt sich nicht vermeiden. Das lässt sich vermeiden. Wir haben keine Minder mehr. Dann produzierst du Warme Mente. Also Warme Mente. Haben wir noch einen Taylor? Haben wir nicht. Dann bauen wir noch einen Taylor und der baut dann die Warmen. Man muss sich ja nur was einfallen lassen. Na. Genau. Hier hin. Den packen wir auch raus. Dann kommen hier die Rinder hin. Das ist zumindest das Beef. Ähm. Halt. Hier oben. Macht der Unterschied zwischen den Fleischen. Ja. Macht der Beef, Cherry, Chicken. und da kommt der Beef. Mammammammammammammammammammammammammamm. Wenschen ist das Wildfleisch. Beef ist das Rinderfleisch. Das sind die Steaks. Moment. Achso, ja, na klar. Wie komme ich jetzt auf Schwein? Gibt doch nur Rind. Schaf. Schaf haben wir ja da, Wolle. Braucht man ja nicht. Schaffleisch haben wir auch da. Also machen wir noch zweimal Rind. Sagt er das gleich mit. Was mache ich denn hier schon wieder für Quatsch? So, ich hätte auch den gleich so andrücken können. Kettle. Zwo Stück. Erzmann. Und du splittest. So, dann haben wir dich weg und dich weg. Den nächsten splittest du. Query. Der hat 10er drin. Der meiner hat 16 drin. 1, 2, 3, 4. Das ist der Pasteur zu dem Pasteur. Das ist der Query. Der hier. Och, der ist schon fertig. Heftig. Heftig. Will ich nicht. Ich nehme keine Nomaden auf. 39 Stück. Ich muss selber über die Runden kommen. Aber mal fressen wir noch an. Häuslebauer, Häuslebauer. 1, 2, 3, 4, 5. So, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Da haben wir hier auch noch ein paar Häusle rein. Oh ja. Och, selbst die Rollen. Und nochmal 10. Jawohl. Und wenn wir einmal dabei sind, können wir hier abwechselnd... Nee, da müssen wir erstmal hier so einen Garten reinsetzen. Oh, Schaut. Das geht hier nicht. Aber hier. 15. Da können wir wieder ein Haus dazwischen. Dam, 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 dam. Und hier rein. 15 mal 15. Und hier rein. Das ist schwierig, ne? 14, 15. Ah, nicht ganz. Zack. Äh, hier? Nein, das ist zu klein. Das wäre ein Häuser. Taylo. Du machst die Worm. Lass mal den anderen den mit Wolle machen. Halt, also Quatsch. Dam, 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 da, da, da. Ich bin froh, wenn ich Halt habe. Und Textil nochmal ja nun, weil es gut genug da war. Und auf die Idee, die viel früher kommen können, hätte ich diese Not niemals gehabt. Wollt ihr eben mal gucken. Produktion, wie läuft's denn? 433. Wir gehen streng auf die 500 zu. Das hätte ich nie gedacht, dass wir sowas erreichen. Produktion. Wir verbrauchen mehr Food, wie produziert. Schön. Oh. Tatsache. Aber die bauen ja noch einen Moment. Ich will ja wenigstens sehen, was wir bauen müssen. Inventory. Beans haben wir, Perry Summer. Cabbage brauchen wir. Cabbage. 1, 2, 3, 4. Kommt natürlich erst nächstes Jahr. Beans haben wir ein. Moss, Berries, Cabbage kommt neu. Cherry. Schon wieder. Obwohl, das läuft noch. Die werden jetzt hier angebaut. Chestnut läuft noch. Chicken kommt bald. Kornhammer. X kommt damit auch. Firewood läuft. Ich pack mal hier hin. Pieken könnten wir gebrauchen. Ach komm. Lass das. Da kommt's frissen gerade wieder rein. Und... Ich wollte auch hier weiter gucken. Kannst du auch hier an die Seite packen. Das passt. Der Täler arbeitet auch wieder. Und zack sind 29 da. Fisch. Schauen wir mal. Hörbs. Bleibt halt. Kurt Eisenhauer. Iron Tube. Ach. Wo habe ich den zweiten Blick? Glicksmiths hingesetzt. Mist. Wie finde ich den jetzt wieder? Könnte man nicht hier hinten irgendwo drauf drücken. Glicksmiths. Wir haben den hier. Der macht's die Tools. Wo läufst du hin? Taylor. Was? Glicksmiths. Iron Tools. Steed Tools. Jetzt haben wir's. Sirus of a Flox is low. Das ist schlecht. Early Winter. Aber die sollten wieder reinkommen. Sonst haben wir kein Feuerholz. Habt ihr hier drüben schon. Ach weiß ich hier. Alles rein. Ein paar andere. 76. Die sind schon drin. Das muss noch gebaut werden. Hier holen sie es raus. Dann machen wir hier Keulschlag. Remove Ressources. Und nicht auf der anderen Seite. Holts euch. Holts euch. Wächst ja noch. Haben wir hier kein Problem damit. Wir kriegen schon wieder rein. Hier kriegen wir auch rein. Das heißt, ich muss jetzt extrem aufpassen mit Bauen. Warum eigentlich? Warum eigentlich? Was? Ach so, wo für ein Loks ist los? Ja, das weiß ich doch. 153. Na ja, gut. Ja. 76. Na ja, wenn man mal 300 verheizt. Geht ja auch viel drauf bei. Kapelle. Kapelle. Ach, muss mal. Muss mal neu bauen. Hm. An sich logisch nicht. Wir haben da kein Holz. Wie soll ich eine Kapelle bauen? Auch noch Holz? Was brauchst du denn dafür? Wie sieht es mit dem Essen aus? Late Winter 45.000. Und das geht. 50, 130. Das passt. Na ja, klar. Wir haben ja über 400 Zetizen. Da passen nur 200 rein. Heißt du recht. Hätte ich vorher sehen müssen. Und dann gebe ich auch noch einen Klerik. Und wir wollten weiterhin essen. Pia. Eins, zwei, drei. So, so, so. Flock is low. Jawohl. Pijama. Pia. Pigen. Pepper. Hammer. Plum. Potato. Oh, Pepper können wir nochmal gebrauchen. Sieht aus wie Paprika. Ich jetzt mit Pfeffer übersetzt. Pfeffer. Oh ja, egal. Eins, zwei, drei, vier. Pam, 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 pam. Potato, aber Pumpkin brauchen wir. Eins, zwei, 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 drei, drei, vier. das dauert natürlich jetzt eine weile wieder bis die dich bis die sich wieder hochballern 12 von 20 ui ui 10 von 20 ja dann ist es so können wir es nicht ändern du wirst und da nehmen wir auch den großen eierhof dazu wenn der fertig ist 156 wir haben 49 die müssen hin und her laufen purchase orders nimm mal raus und das misst ab jetzt gehen wir noch nach zu gucken wie sie hier schön anbauen hier ist auch da kann da einen gelangt dann heißt das natürlich wieso nicht die chance nutzen das problem ist dass man hier drüben keinen marktplatz haben den wir aber hier mit hinsetzen können weil die das alles nicht brauchen weißt du es geht nur darum dass du die ressourcen einlagern kriegst du gleich im wendor sonst vergesse ich es nur und dann können wir nämlich hier unten verstehst du ne 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 immer noch nicht noch ein forster hinsetzen Da hin. Bauen hier eine Straße hoch. So, hier noch einen Kevin hin. Könnte man ja so machen. Dann könnte man die Straße weiter runterziehen. Nee. Nee, nicht über die Liste. Noch einen Garderer. Oh, die muss ich mal rausziehen. Das geht nicht anders. Achso, und die müssen wir ja auch noch rausgezogen halten. Ach man, aber das Interface ist wieder so voll. Wenn wir die fertig haben, ziehen wir das Ganze noch weiter nach unten. Und wo wir das hier so schön haben, ziehen wir das Ganze bis hier rüber. Es ist egal, wenn es schief wird. Dann sagen wir von da aus. Eine Brücke drüber. Da haben wir die auch. Wie sieht denn die Brücke hier oben überhaupt aus? Ist die fertig? Jawoll. Dann weißt du, was das heißt. Machen wir mal aus Spaß. Hol mal hier oben alles ab. Und er darf nur forsten. Dann brauchst du. Nee, immer noch nicht. Forster. Steinstraße. So, müssen wir den auch rausziehen. Und dann bin ich mal gespannt, wie das wird. Ich bedanke mich fürs Reinschauen, Verbauschauen und fürs Zuschauen. Dankeschön. Wenn es euch gefallen hat, sehen wir uns eventuell in der nächsten Folge wieder zu Bennecht von Shining Rock Software. Bis dahin, auf Wiedersehen und Tschüssikowski.